Ja, ich möchte die Predigt mit zwei Fragen beantworten. Bei der ersten könnt ihr einfach, wenn ihr möchtet, Handzeichen geben, vielleicht dann auch noch antworten und bei der zweiten dürft ihr gern auch verbal dazu antworten. Und ich gucke so in Gesicht her, oh, was will er jetzt, mir ist bewusst, durch die Zeitumstellung höre ich quasi schon die Mägen knurren. Wir haben theoretisch zwölf Uhr. Meine Fragen. Wer von euch kennt einen Heiligen? Okay, einigen. Schön. Haut mal raus, wer ist es? Danke. Oh, das ist natürlich jetzt herrer Tobak, okay. Das gibt so ein bisschen oder das fordert einen, oder? Okay, gehe ich schnell rüber. Nächste Frage. Warum sind die nächsten zwei Tage, je nachdem, wo du jetzt wohnst oder arbeitest, das heißt, wenn du in Niedersachsen arbeitest, hast du morgen frei, wenn du in NRW arbeitest, hast du am Dienstag frei. Warum haben die meisten von uns am Dienstag frei? Wer weiß das? Weil es einen Feiertag gibt. Was ist das für ein Feiertag? Alle Heiligen. Okay. Dominik sagte, dass ich zu den Heiligen gehöre. Ich muss arbeiten. Irgendwas passt eigentlich. Aber es ist tatsächlich so. Wir haben am Dienstag bei uns den Feiertag aller Heiligen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich? Es ist ein katholischer Feiertag. Wisst ihr denn, warum wir den feiern? Also ich werde jetzt keine Predigt über die katholische Theologie halten. Aber wir feiern, so ganz grob zusammengefasst, diesen Tag, weil es in der katholischen Theologie viele Heilige gibt und es für jeden Heiligen irgendwo auch einen Namenstag gab oder zum Teil immer noch gibt. Und als das Jahr dann zu kurz war, hat man auch diesen Allerheiligen genommen, wo man der Heiligen gedachte. Und es ist tatsächlich so, dass Menschen von Menschen nach dem Tod heilig gesprochen werden. Man erwartet von ihnen Hilfe, man erwartet von ihnen Schutz. Und ich werde mir heute kein Urteil darüber erlauben. Ich werde es einfach mal so stehen lassen. In der reformatorischen Tradition ist Heiligung oder Heiligsein das neue Leben des Christen aus der Rechtfertigung. Und das ist das, was die evangelischen Christen in den evangelisch geprägten Bundesländern morgen feiern, den Reformationstag. Und ich muss sagen, das wird mir tatsächlich näher liegen, darüber zu predigen. Und ein Teil der Rechtfertigungslehre beinhaltet auch die Predigt heute. Es ist wahrscheinlich fast 40 Jahre, nicht ganz, irgendwie so 38 Jahre her, also irgendwie in den 90ern. Da waren wir, Lilly und ich, wir waren tatsächlich noch nicht verheiratet, also wird das irgendwie so 33 Jahre her sein, bei Freunden eingeladen. Mit anderen Freunden. Und ich habe mich mit ein paar Leuten abgesprochen, unsere Gastgeber und zwei andere Familien, sie waren schon da und wir kamen hinein und ich fing an, dann um sie so rumzugehen. und habe sie begutachtet. Ein paar andere Freunde taten das auch und sie waren sehr irritiert. Was macht ihr? Ich muss dazu sagen, diese Freunde, sie waren gerade einen Monat in Bracke, also auf der Bibelschule, waren quasi das erste Mal oder waren wieder zu Hause und haben zum ersten Mal Freunde eingeladen und ich hatte dann die Frechheit zu sagen, hey, ich suche euren Heiligenschein. Ihr wart jetzt vier Wochen auf dem Heiligen Berg in Lembo, dann muss man doch bei euch was sehen. Das heißt, wir haben an Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigen, Ansprüche. Und so habe ich meine Präricht im Hinblick auf den Feiertag und auf das, was man an Anspruch an uns nennt, äh, stellt mit folgenden Titel umschrieben. Heiligenschein oder heilig sein. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Welche Erwartungen hättest du an dich wenn du als Heiliger betitelt wirst? Dominik hat das vorhin gemacht. Er hat gesagt, hey, Jakob, du bist Heiliger. Was empfindest du dabei? Was sind Heilige? Was erwarten wir von Heiligen? Und viel interessanter ist, was sagt die Bibel über Heilige? Wer sind die Heilige? Und wenn es darüber etwas gibt, passt das dann in unsere Zeit. und ich möchte einsteigen mit zwei Versen aus der Lutherbibel. Das ist 1. Petrus 1, 15 bis 16. Werde dann aber im Kontext aus einer anderen Übersetzung gleich noch mehr dazu lesen. Und da heißt es, Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist doch eine Ansage, oder? Dieses Wort schreibt Petrus, er zitiert dort aus dem dritten Mosebuch, wo Gott zu seinem Volk, das alles andere als vorbildlich war, sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und so möchte ich meine Predigt heute an drei Punkten ausrichten. Sie werden zwischendrin ineinander verfließen. Heilig sein, geht das überhaupt? Heilig werden und heilig bleiben. Und auch da mal die Frage, wie geht das? Geht das überhaupt? Und ich würde uns dann gleich den Text lesen und uns hineinnehmen in dieses Wort. Und ich lese aus 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 19 aus der Neue Evangelistischen Übersetzung. 1. Petrus 1, ab Vers 13. Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern und fest und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch Unwissen wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem geprägt sein, der heilig ist und euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottes Furcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, dass ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen mattenlosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Das ist Gottes Wort und da heißt es sei heilig. Heilig sein meint in Gottes Wort die Trennung vom Bösen und die Absonderung zu Gott. Gott selbst ist ein heiliger Gott, der Licht ist, in dem keine Finsternis ist, bei dem es nichts Böses gibt, lesen wir in 1. Johannes Heilig Leben ist die Trennung vom Heiligenschein. Was ist der Heiligenschein? Ich glaube, das ist der Versuch, etwas zu sein oder mehr zu sein, als wir wirklich sind, mehr darzustellen, Menschen zu gefallen, ein gutes Ansehen zu bekommen und viele andere Dinge, die Menschen als Erwartung an uns manchmal aussprechen, manchmal zeigen. Aber heilig sein ist der Versuch nicht zu werden oder zu sein, was du nicht werden kannst. Und jemand hat das einmal schön formuliert, heilig ist nicht zuerst eine Qualität, sondern eine Beziehung. Ich möchte das nochmal wiederholen. Heilig ist nicht zuerst eine Qualität, sondern eine Beziehung. Was heißt das? Wenn ich heilig leben möchte, wenn ich heilig bin, dann muss ich nicht versuchen, etwas darzustellen, etwas Gutes hervorzubringen, qualitative Dinge ans Licht zu bringen, sondern eine Beziehung zu leben, eine Beziehung zu dem, der sagt, du sollst heilig sein, weil ich heilig bin. Heilig, das heißt, ganz in Gott, für ihn abgesondert. Wer ist heilig? Heilig ist, wer Jesus nachfolgt. Heilig ist der, der durch das Blut Jesu gerecht gesprochen ist vor Gott. Heilige sind nicht einfach gute Menschen, sondern Heilige sind Jesus Nachfolger. Sie leben, ja, leben sie immer frei von Schuld? Nein, ich sehe so ein, nein, tatsächlich, das werden sie nicht schaffen. Was tun sie dann? Sie leben in einer Beziehung der Vergebung und im Gehorsam vor Gott. wenn ich im heiligen Schein lebe, dann tue ich etwas, um eine Gegenleistung zu bekommen, um anerkannt zu werden, um vielleicht auch fromm angesehen zu werden. Wenn ich ihn ablege und heilig leben möchte, heilig sein möchte, wie Gott es sagt, dann tue ich etwas aus Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber, für das, was er mir gibt, aus Dankbarkeit für die Gemeinschaft, für die Beziehung, die ich mit ihm leben darf. Und ein Teil davon haben wir vorletzten Mittwoch in der persönlichen Evangelisation gehört. und ich denke, dass wir am Mittwoch auch etwas davon hören werden, dass es darum geht, eine Beziehung zu leben, und zwar in Jesus Christus. Erst dann kann ich frei von Zwang mein Christsein, mein Glauben leben, sodass ihn andere auch sehen, ohne dass ich ihnen es sage. Aber wie kann ich dahin kommen? Wie kann ich heilig werden? Ist das ein Ziel, heilig zu werden? Ich denke schon, wenn Gott sagt, du sollst heilig sein, weil ich heilig bin und ich Gemeinschaft mit dir haben möchte, dann sollten wir auch alles dran legen, in diese Gemeinschaft zu können. Wie gesagt, diese Gemeinschaft werden wir nicht bekommen, weil wir so gut sind, sondern weil wir täglich Vergebung bekommen dürfen. Heilig werden ist keine eigene Leistung, für die ich mich auf die Schulter klopfen kann. Das hast du gut gemacht, Jakob. Das hast du gut gemacht, Dominik. Dominik, du musst heute für mich hinhalten. Er sitzt hier vorne und das ist keine Rache. Ich habe nicht das ganze Kapitel lesen können. Aber ich möchte euch, ich werde gleich den Vers 2 in diesem ersten Kapitel noch lesen, aber ich möchte euch etwas mitgeben. Wenn ihr morgen oder übermorgen, wenn ihr dann frei habt, zu Hause am Frühstückstisch seid, redet doch einfach mal miteinander, was es bedeutet, heilig zu sein. Macht doch einfach mal die Bibel auf, eine Konkurrenz, guckt nach, was steht und da heilige junge Leute fragen sich Konkurrenz, was wollt ihr, Nachschlagewerk, nehmt euer Smartphone raus, macht den Bibelserver auf, gebt dort einfach nur heilig ein und guckt einfach wie viele Bibelstellen es dazu gibt und was Gott dir persönlich sagt, wo er dir sagt, was es bedeutet, heilig zu leben. Ich möchte uns den Vers 2 lesen. Gott, der Vater, hat euch aufgrund seiner Allwissenheit erwählt und durch das Wirken seines Geistes zum Heiligen gemacht, zu Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt sind. Das heißt, Grundvoraussetzung ist, dass wir mit unserer Schuld zu Gott kommen und Vergebung in Jesus Christus bekommen. Gott heiligt uns, indem wir bei der Wiedergeburt den Heiligen Geist bekommen. Und das fühlt man nicht gleich. Das ist nicht einfach oft so. Aber Gott zeigt es dir. Die Auswirkung des Lebens mit Gott, die Auswirkungen, dass der Heilige Geist in dir ist, dass du eine Beziehung mit Gott lebst, das wird man in deinem Leben sehen. Ich muss gerade an einen Ausspruch denken, da hat sich irgendwann mal ein Bauer für Jesus entschieden und dann fragte ihn sein Freund, sag mal, merkt man es bei dir, dass du dich bekehrt hast? Und er sagt, ja, ich denke schon. Ich glaube, dass selbst meine Kühe im Stall es gemerkt haben, weil es eine Wesensveränderung in mir gegeben hat. Und so sollte es sein. Wenn du Jesus begegnest, wenn du mit ihm lebst, dann wird es eine Wesensveränderung in dir geben, dann wird das Heilige, das aus Gott kommt, in und durch dich sichtbar werden. Auf der anderen Seite sagt uns die Bibel in Römer 8 Vers 16 Gottes Geist sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, wenn du dich fragst, gehöre ich zu den Heiligen? Bin dich nicht ist, dann muss ich sagen, das kannst du tatsächlich selbst beantworten. Hast du Jesus dein Herz gegeben? Hast du ihn hineingelassen? Versuchst du in der Vergebung zu leben? Dann wird Gott durch seinen Geist es dir sagen. Dann sollst du es leben, dann darfst du es leben. Glaubst du, dass Gott zu dir spricht? Dass er dir sagt, dass du heilig bist, dass du in seinen Augen heilig bist, wenn du sein Kind bist? Und es hat ganz viel mit unserer Haltung zu tun. Und ich muss sagen, es gibt für mich so zwei grobe Tendenzen. Da gibt es Menschen, die einfach hingehen und sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin Christ. und man weiß nicht, ob sie es leben. Dann gibt es andere, die in Selbstzweifel leben. Es hat etwas mit deiner Haltung zu tun. Wir lassen uns oft einlullen vom Gerede anderer. Wer bist du schon? Willst du als Christ etwas Besseres sein? Guck doch mal, was du alles falsch machst. Und wir ziehen uns zurück und wir sind niedergeschlagen. Wir zweifeln an unserer Fähigkeit, Christ zu sein. Und ich kenne Menschen, die erleben das in ihrem engen Umfeld, wo es ihnen schwer fällt, ihr Christsein zu leben, weil andere es ihnen einfach absprechen wollen. Und es fällt ihnen schwer, als Geheiligte zu leben. Aber ich möchte dir heute Morgen noch einmal sagen, als Geheiligte, als Geheiligter zu leben, heißt nicht fehlerlos zu leben, sondern aus und in der Vergebung zu leben. Und das werde ich heute wiederholen. Und ich möchte dir Mut machen, Gott zu danken, dass du sein heiliges Kind bist, dass du es dir von ihm heute zusprechen lässt und es annimmst, dass er sagt, du bist mein geheiligtes Kind. Ich liebe dich. Du bist in meiner Nähe. Ich habe Gemeinschaft mit dir. Und wenn du Gemeinschaft mit mir, dem Heiligen hast, dann bist du heilig. Und du brauchst keinen Schein, sondern meine Heiligkeit wird in dir sichtbar werden. Ich möchte dir sagen, warte nicht, bis deine Umstände sich ändern, bis du keine Anfechtungen mehr hast, bis du keine Anfeindungen mehr hast, sondern lebe in deinen Umständen ein Leben im Gehorsam zu Gott, in einer Beziehung zu ihm, in einer gehorsamen Beziehung zu ihm. Denn das bedeutet, ein heiliges, ein geheiligtes Leben zu führen. Wenn wir Jesus anschauen, müssen wir sagen, war es ein Leben ohne Schwierigkeiten? War es ein Leben ohne Ecken und Kanten? Nein! Er ist immer wieder angeeckt, er hatte Schwierigkeiten. Ist er ihnen aus dem Weg gegangen? Nein! Warum gab es diese Dinge in seinem Leben? Weil die Heiligkeit seines Vaters sichtbar war und Menschen sich da manchmal auch überfordert gefühlt haben. oft hören wir halte dich von allem fern. Doch Jesus tat es nicht. Er lebte mitten in diesen Herausforderungen, inmitten der Ablehnung und er sprach über die Liebe und die Heiligkeit seines Vaters. Er sprach nicht immer mit Worten, aber er sprach mit seinem Leben, mit seinen Taten. Seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater, sie hat den Unterschied gemacht. Und das möchte ich dir und mir heute morgen auch sagen. Die Beziehung zu unserem Vater im Himmel, sie macht den Unterschied. Jesus er war derjenige, der den Einzelnen mitten in der Menge im Geschehen gesehen hat. Er hat die Kinder gesehen, wir haben heute Kinder gesegnet, weil Jesus es getan hat. Und er sieht jeden Einzelnen. Wichtig ist, dass wir nicht unseren eigenen Weg gehen. Ein Eugen Peterson hat einmal ein Zitat weitergegeben, das lautet folgendermaßen, Gott passt nicht in unsere Pläne. Wir müssen in seine Pläne passen. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht, als ich in der Vorbereitung über dieses Zitat gestolpert bin. Wir können Gott nicht benutzen. Gott ist kein Werkzeug, kein Instrument und keine Kreditkarte, die man einfach, wenn man etwas braucht, bedient, ans Terminal hält oder einfach abruft. Gott passt nicht in unsere Pläne, wir müssen in seine passen. Das hat mich an die Kindergeschichte erinnert, oder es erinnert mich, oder? Diese Kerze, die ihren eigenen Platz haben wollte, und ich glaube, so sind wir oft, dass wir sagen, Gott, wenn, dann, jetzt, oder das. Aber lasst uns doch einfach unter seine Pläne stellen, unter seine Führung, in seiner Beziehung leben, indem wir auf ihn hören, dann wird es uns gelingen, heilig zu bleiben, in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Heilig zu leben, heißt im Glauben und in der Hoffnung zu Gott zu leben. Gott hat alles vorbereitet, die Entscheidung heilig zu leben, musst aber tatsächlich du selbst treffen. Und sagen, ja, Herr, ich möchte, dass du mir hilfst, weil Gott wird niemanden von uns zwingen, etwas zu tun. Und du sagst, das schaffe ich nicht. Und das stimmt, das wirst du nicht schaffen, das werde ich nicht schaffen. Dass ich will es schaffen, ist immer noch das bisschen Heiligenschein, was über mir ist und was immer wieder hervorkommen will. Und im ersten Korinther Kapitel 6 ab Vers 9 schreibt Paulus Wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, die Götzen anbeten, die Ehebrecher sind oder Homosexualität praktizieren, auch Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und das sind manche von euch gewesen, aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Huh, das ist harter Tobak. Und du sagst, das bin ich nicht, ich glaube, ich falle nicht unter diese Menschen und doch bist du Sünder und Paulus sagt, all das seid ihr gewesen in eurem alten Leben und ich weiß, ich habe gerade so einen harten Sprung gemacht, aber er sagt, das wart ihr und in Jesus Christus seid ihr was? Gut? Seid ihr besser? Werdet ihr? Nein, seid ihr heilig gesprochen, geheiligt in Christus? Das heißt, all das, was damals war, ist Geschichte. All das, was bei dir einmal war, ist Geschichte, wenn du es zum Kreuz von Jesus Christus gebracht hast. Und Johannes Calvin sagte einmal, da selbst die Vollkommensten immer noch weit vom Ziel entfernt sind, sollten wir täglich noch mehr streben und wir sollten uns darin erinnern, dass uns nicht nur gesagt wird, was unsere Pflicht ist, sondern dass Gott auch hinzufügt, ich bin der, der dich heiligt. Ich bin der, der dich fähig macht, etwas zu tun und etwas zu leben. Von daher möchte ich dich herausfordern, dich ermutigen, diene dem Herrn mit einer heiligen Lebensweise. die nicht aus dir herauskommt. Ich möchte einfach so ein paar Beispiele geben, für die du beten kannst, damit Gott dir hilft, dadurch ihm näher zu kommen. Bitte ihn doch einfach um Wachstum in folgenden Dingen. Vielleicht sind das Dinge, die ich gerade auch brauche. Bitte um Demut und Bescheidenheit. Bitte ihn um Liebe, um Disziplin, Friedfertigkeit und Treue ihm und anderen gegenüber. Die Heiligkeit, von der Petrus hier in unserem Text spricht, soll unser ganzes Wesen durchdringen. Sie soll das widerspiegeln, was wir sind, wie wir denken, was wir tun und was wir sagen. Wenn du in Christus bist, hat Gott dich schon ausgesondert, auch wenn dein Status als ein heiliges Kind noch mehr und mehr sichtbar wird oder sichtbar werden muss, indem du mit dem Geist zusammen arbeitest, um Sünden abzutöten. Und das ist das, was uns hilft, heilig zu leben. Konzentriere dich heute darauf, mit deinen Gedanken heilig zu sein und bitte Gott, deinen Sinn rein zu machen und dir zu helfen, von sündigen Gedanken Abstand zu halten. Das ist das, was du von dir aus tun kannst. Alles andere wird Gott tun. Und er möchte und wird dir helfen, ein heiliges Leben zu führen. Ein Leben vom heiligen Schein zum Heilig sein. Amen.